Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. Heute befassen wir uns nochmal mit dem Multithreading. Ich habe gesagt, zwar wir sind mit dem Multithreading eigentlich durch, aber was wir heute machen wollen ist was ganz besonderes. Und zwar gibt es ganz spezielle Programmiersprachen, die sogenannten Concurrent Programming Languages oder auch nebenläufigen Programmiersprachen, beziehungsweise von mir aus auch manchmal parallele Programmiersprachen. Achtung, der Wikipedia-Artikel hierzu ist nicht korrekt. Ähm, ja, das ist etwas übel, aber man braucht trotzdem mal so ein kleines Verständnis, was eine Concurrent Programming Language ist. Mein Gott. Ähm, und ja, das will ich euch heute kurz zeigen. Also eine Concurrent Language, die sagt mir, okay, ich habe hier irgendeinen Maincode, zum Beispiel print, hallo, und wenn ich dieses Programm ausführe, bei dem Ausführen, dann sage ich nicht, ich möchte das Programm, Programmiertheorie 4 ausführen, sondern ich sage, ich möchte das Programm Programmiertheorie 4 mit so und so viel Threads ausführen. Und das ist ein Riesenunterschied, das heißt, das Programm wird sofort Multithreaded gestartet. Das ist natürlich irgendwie geil, aber hat auch seinen Nachteil, wie ihr wisst, muss man dann irgendwie diese ganzen Threads miteinander synchronisieren. Und das hatten wir ja schon die letzten paar Male. So, das heißt, dieses Ding hier, dieses Print, hallo, wird nicht einmal ausgeführt, sondern zum Beispiel 8- oder 16-mal, oder wenn wir dann in so Sachen wie OpenCL oder sowas reingucken wollen, das ist auch eine Programmiersprache, die läuft auf der Grafikkarte. Und OpenCL führt nicht nur 16 Threads aus, sondern von mir aus 256 oder 1024 auch mal manchmal. Und das ist natürlich heftig, denn man kann ja jetzt nur noch sagen, dass 1024 mal Print, hallo, ausgegeben wird. Achtung, hier gilt auch, nebenläufige Sprachen, die kümmern sich ein Furz drum, ob ihr jetzt Print, hallo oder Print, hallo, neue Zeile oder wie auch immer ihr das ausgeben wollt. Das heißt, was hier wahrscheinlich rauskommt, wenn ich das mit 16 Threads mache, ist etwa sowas. Und so weiter und so fort. Also das sind jetzt nur zwei Threads hier gewesen. Das heißt, wir müssen nicht davon, oder wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wirklich eins durchgeführt wird, bevor das andere, äh, fertig ausgeführt wird, bevor das andere anfängt. Die laufen wirklich gleichzeitig und wenn halt beide auf dieselbe Ressource, in dem Fall die Kommandozeile, weil sie da was ausgeben, zugreifen wollen, dann spricht man hier auch wieder von genau demselben Problem, was wir schon vorher hatten. So, ähm, diese Programmiersprachen liefern uns aber noch was ganz Tolles mit und zwar normalerweise sowas wie eine ID. Das heißt, welcher Thread läuft gerade. Und manchmal ist das sogar so, dass wir hier mehr als nur eine ID haben. Wir haben eine X-ID und wir haben eine Y-ID, weil man sich diese Threads nicht als, äh, als kleines Bild so vorstellt. Das heißt, hier starte ich vier Threads, sondern man stellt sie sich von mir aus so vor. Also als Zwei-Kreuz-Zwei-Array. Ähm, warum ist das sinnvoll? Naja, stellt euch mal ein Bild vor. Sagen wir, wir haben ein 1024x1024 Bild. Dann kann ich hier einfach 1024 Punkte hinsetzen und die geben mir dann sozusagen immer an, wo genau ich gerade bin. Bilder sind sowieso das beste Beispiel für Parallelausführungen, weil da kann ich einfach jeden Pixel separat berechnen lassen. Und, ähm, das ist natürlich extrem parallelisierbar und spart mir unglaublich viel Leistung, wenn ich das sofort machen kann. Und dann kann ich hier aber einfach sagen, okay, 1024 Threads in die Richtung, 1024 Threads in die Richtung. Klar, ich habe nicht so viele, äh, Kerne, dass ich 1024 Threads ausführen kann. Aber die werden dann einfach nacheinander, ähm, ausgeführt. Und die Sprache hat dann intern irgendwelche Optimierungen, sodass diese Threads möglichst schnell erstellt werden können und dann eben möglichst wenig auch Ressourcen brauchen beim Erstellen. Und, ja, das ist relativ cool. Aber Achtung, jeder Thread hat denselben Code hier. Das heißt, ihr müsst irgendwas mit dieser ID machen. Das heißt, wir haben zum Beispiel sowas wie int, äh, x ist gleich, und, äh, ich nehme jetzt einfach mal die OpenCL Schreibweise, weil ich damit schon ein bisschen was gemacht habe. Mit den anderen Sprachen noch nicht so viel. Ähm, getGlobalID von 0 würde euch jetzt die ID in x-Richtung bringen und der int y wäre getGlobalID von 1. Das heißt, ihr hättet hier eben von diesem Punkte-Array hier, was wir, was im Endeffekt unsere Threads darstellt, hättet ihr als x eben, sagen wir mal, wir haben diesen Thread hier, dann haben wir als x 0, 1, 2 und als y 0, 1. Also, 2, 1. Ja, und dann haben wir diesen Thread hier und damit kann man jetzt irgendwas machen. Zum Beispiel kann man sagen, ich möchte an den Pixel 2, 1 zugreifen. Und das heißt, ich nehme mir von, normalerweise von unten den zweiten und den, dann eins, also halt den dritten Pixel von links und den zweiten Pixel von unten dann zum Beispiel. Und bearbeite irgendwas mit diesem Pixel. Zum Beispiel mache ich die Farbe heller oder irgendwie sowas halt. Solche Sachen kann man dann eben über diese IDs machen. Das heißt, das sind die beiden eure Variablen, über die euer Code sich irgendwie identifizieren muss und die ihr dann hier unten im Code verwenden müsst, um eure, ja, um alles eben im Endeffekt parallel auszuführen. Aber nicht jedes Mal wirklich dasselbe zu machen, sondern es muss natürlich auch irgendwie von den Variablen abhängen. Okay, und der Code an sich, der läuft normalerweise ganz normal durch. Also manchmal ist es objektorientiert, manchmal eher funktional und so weiter und so fort. Manchmal ist es sogar sequentiell, was eigentlich eher für solche Sprachen ist eigentlich sequentiell oder funktional, fast der Standard. Das bedeutet einfach nur normal Code von oben nach unten ausführen. Klassen gibt es eigentlich keine. Generics gibt es auch keine, weil man möglichst einfach den Code halten will und da eigentlich nicht so irgendwelche vielen Objekte erstellen will. Das sollte man vielleicht vermeiden, aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Also ihr kennt die Konzepte von Programmiersprachen jetzt relativ gut. Ihr kennt auch Objektorientierung. Das heißt, das kann da schon noch kommen. Und ja, das hier nennt sich sequentielles Ausführen, wenn man einfach nur so eine ID bekommt und das ist dann wirklich die Thread-ID. Ja, und ansonsten der Code funktioniert eigentlich meistens genau gleich. Okay, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.